Hallihallo und herzlich willkommen hier im Autoladen Dresden. Mein Name ist Tobi und ich stelle euch heute dieses wunderschöne Mercedes-Benz C 220 Diesel Cabrio vor. Das Fahrzeug kommt aus dem Jahr 2019, 113.000 Kilometer stehen hier ungefähr auf der Uhr und das Fahrzeug kommt in der Farbe Selenit Grau. Vordergründig geht es im Video wie immer um den Zustand des Fahrzeugs, weniger um die Ausstattung. Wir nehmen euch trotzdem auf einige Details mal mit, gehen noch rundherum ums Fahrzeug und fangen an vorne beim LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und ILS-Lightning-System. Wir haben PDCs an der Front, wir haben einen Spurhalteassistenten, einen Totwinkelassistenten, einen Lichtassistenten, PDCs an der Front. Und wir haben diese schöne 18 Zoll AMG-Felge auf Dunlop-Reifen und eine wirklich sehr gepflegte Außenhaut vom Fahrzeug. Innen geht es weiter mit belederten Türelementen in schraffierter Alu-Optik und in Escherholz-Schwarz. Dazu haben wir dieses schöne Multifunktions-Sportlenkrad mit digitalem Bordcomputer. Wir haben das große Multimedia- und Infotainment-System von Mercedes-Benz. Automatik, Cabrio-Steuerung und diese schönen schwarzen Vollledersitze. Wir haben die Burmeister-Sound-Anlage, wir haben eine manuelle Sitzweitenverstellung und Nackenlüftung im Fahrzeug. Auch hinten im Fahrzeug Burmeister-Sound-System, Getränkehalter und wirklich sehr gepflegte Sitze. Elektrisches Windschot haben wir ebenfalls noch im Fahrzeug. Duplex-Sportabgasanlage. Also wirklich alles dabei, was man für so ein schönes Sommer-Cabrio braucht. Und wenn euch jetzt noch mehr interessiert und ihr wissen wollt, was der Kollege noch so kann, dann klickt ihr einfach jetzt auf den Link unterhalb von dem Video. Da kommt ihr auf unsere Händler-Homepage. Da könnt ihr euch alles nochmal ganz genau durchlesen, was der Kollege hier so drauf hat. Oder ihr kommt einfach vorbei von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr oder samstags von 10 bis 18 Uhr. Macht euch dafür am besten einen Termin, damit wir dann auch einen Verkäufer an eurer Seite haben, der euch all eure Fragen beantwortet zum Fahrzeug, gegebenenfalls die Finanzierung mit euch durchrechnet und euch auch darauf hinweist, dass ihr bei uns finanzieren könnt mit 0% Anzahlung, wie ihr schon da unten sehen könnt. Wir nehmen natürlich auch euren Gebrauchten in Zahlung und optional gibt es auch für diesen Kollegen hier die Gebrauchtwagen-Garantie. Und damit bedanke ich mich schon wieder bei euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald hier im Autoladen auf der Hauptstraße 96. Ciao!